Oh shit, was passiert gerade mit Ryden? Ach, der nimmt jetzt sein Schwert. Ja. Hinter mir nichts. Gut. Ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, was auf der einen Seite passiert ist. Also, ähm. Komm, ich muss ihn noch komplett fertig machen. Wie bei Highlanders. Immer den Kopf abtrennen. Das klingt aber nicht mehr so ganz vertrauenswürdig, ne? Ich glaube, ich muss ihn noch nicht mehr so vertrauenswürdig sein. Naomi, Sonny fragt mich, um dir etwas zu erzählen. Was ist das? Ich habe sie richtig gekocht. Ich verstehe. Gut für dich, Sonny. Du hast es endlich geschafft. Nein, ich kann nicht retten dich. Nein, ich kann nicht retten, Herr Dr. Emmerich. Das ist nicht für die Reise, sondern für seine Gefahrung. Jetzt kannst du zurückkehren. Du kannst dich in Ordnung sein. Ich kann sterben. Ja. Okay. Und das ist das, was wir tun können, ist es zu Ende. Snake. Liquid ist unter uns. Er hat den System der Patriot verloren. Er hat aus ihrer Sicht genommen. Und hat ihre Arke genommen. Eine Arke. Eine Arke. Ungefettered von Land, Law, Country, oder Netzwerk. Ein einziges Ort, wo sie wirklich aus den Schatten der Patrioten sind. Ein Ort, wo sie frei werden können. Outer Haven. Outer Haven. Liquid plans to launch the Nuke from that ship. Outer Haven, ist das nicht aus Metal Gear Solid Peace Walker die Basis? Ich habe alle Leben gegeben. Ich habe alle Leben gegeben, damit Sie sich für Ihre Vorwürfeierst. Wenn alles das Ende ist, Sie haben keine Wahl, als zu akzeptieren. Wir haben Leben gegeben, damit wir für unsere Verwürfeierst. Wir haben Leben gegeben, damit wir für unsere Verwürfeierst. Ihre Leben wurde für diesen sehr Verwürfeierst. Wir alle müssen für unsere eigenen Verwürfeierst. Wir müssen sie nicht weitergehen. Wir müssen sie nicht weitergehen. Wir müssen sie nicht verlassen für die Zukunft. Wir müssen sie nicht verlassen für die Zukunft. Das ist deine Verwürfeierst. Eine, die auch du nicht kannst. Naomi! Was hast du gemacht? Naomi! Du, Vamp und ich. Wir sind die gleichen. Wir leben. Wir leben in die Verwürfeierst. Unsere Körper sind fast nicht lebend von Nanomachines. Dann Sie? Nein. Kanzer. Ich sollte nicht selbst sein. Die Nanomachines haben es gehalten, aber es gibt nichts mehr, was sie tun können. Mit den Nanomachines wegzunehmen, Zeit wird nicht mehr geblieben und beginnt zu fliegen. Was sagst du? Was sind Sie? Goodbye. No. Don't! Oh! 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 The best to Sonny. Naomi, don't do it. Are you crying? For me? Naomi. Naomi, why? Oh, 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 oh. You have such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Naomi. I'm sorry. Please be help me. Please be help me. Please be help me. Oh, 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 oh. Now, go! On and on! Let's get moving! Oh my God, don't... Come on! Put yourself together! Come on! This is Naomi! You're coming! Why? Snake! You're right. I haven't lost everything yet. I've still got a job to do. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. We have to get out of here! Any ideas? Time's running short, so I'll explain as we go. Pay close attention! I'm listening! Yeah, of course! We can get out of here! Woohoo! Woohoo! Why don't we open the door? We can just walk around. I promise... I promise... I promise... You'll carry on... Our... Will... Uh... ... ... ... ... Wir dürfen Animal Gear spielen! ... ... ... ... ... Follow the supply. Stomp those geckos and head straight for the exit. Snake, I've made Pex's control manual. Check it out before you get started. Okay. Oh. Oh, pardon. Okay. 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 Alright. Okay Komm, wir müssen hier irgendwie raus Ich hoffe mal, das hat jetzt gereicht Auf jeden Fall, Gatlingang tut einiges Was? Was ist was? Oh nein Natürlich muss man immer wieder Was ist doch hier Eines der Metal Gears aus dem Achso, das ist Outer Haven Okay 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 W-W-W-A-Y!